hallo leute willkommen zu let's play trine 2 ja heute ist trine 2 rausgekommen und was gibt es da schönes als direkt mal loszulegen und dieses spiel zu spielen das hier ist der interaktive begrüßungsbildschirm leider kann ich den irgendwie nicht mit dem gamepad steuern das macht mich traurig das macht mich richtig traurig aber mit dem gamepad kann ich ins hauptmenü kommen resume game steht dort weil ich mal kurz angetestet habe ach es herrlich aber singleplayer ich habe dir erst nur das tutorial gespielt ich habe nicht alle erfahrung bekommen egal wo kann ich hier sachen löschen schuss ja medium saveplot 2 danke so kein resume game mehr wir fangen mit dem singleplayer an und version 1.06 am release tag gut wir können die schwierigkeit verändern so viel zurück hart könnte man fast überlegen ich bleibe mal für den moment bei medium puzzle hint delay fünf minuten finde ich eigentlich recht cool dass es sowas gibt und dass das dann nicht out of the box sondern die charaktere machen bleiben wir bei fünf minuten und once upon a time there were three valiant heroes chosen by a magical artifact called the trine you may have heard another tale of how they met let me tell you a story of their latest adventure something mysterious and magical was taking place in the forest first of the three heroes was amadeus a wizard not perhaps the bravest or the most powerful but he was clever and sensible then there was pontius the night fearless protector of the realm who loved good food drink and battle last but not least was zoya a thief an entrepreneur and a hot for premier sie war mysteriös und only seen as a passing shadow on a cloudy night ja man merkt schon der humor hat sich ins in den zweiten teil gerettet ja so ja unsere lieblings devian sie soll ja ein bisschen schwächer gemacht worden sein dass man nicht immer alles mit ihr durchhuckt aber das werden wir gleich im fall aussehen ich meine hat er eine frau jetzt mal abbekommen das war immer sein großes ziel komm doch auf ach schlafen 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 was ist es wer ist da gut ähm ja soweit kennen wir unseren helden ja noch beziehungsweise die drei helden sind die gleichen und das licht verfolgt uns ganz schön das hat ein bisschen so leck das geht ein bisschen hinterher aber jui ähm ihr habt ja auch sicher gemerkt ist das spiel ist immer noch auf englisch beziehungsweise ich werde es auf englisch spielen weil das ist die originalsprache das ist irgendeine organisation ich habe ja netterweise die äh was habe ich netterweise die untertitel angestellt diesmal auch von anfang an und nicht erst nach ein paar folgen ich denke mal wirklich das sollte drin sein irgendwo halt von erstmal durchspielen hier was übersehen naja aber was man jetzt schon sieht ach dieses spiel ist hübsch so hübsch sieht so schön aus oh das ist so herrlich ja ich kann das limitieren so jetzt kann ich das hier runterholen komm das bewegt müssen zur seite man merkt die physik ey nicht bleibt hier ist immer noch genau die gleiche wie äh vorher teilweise ist das eine coole animation wie er versucht hoch zu rennen das will ich doch gar nicht Gott ich will auf den pilz drauf danke man merkt auch wie der so richtig schön runter geht und ich glaub nicht dass hier grad was ist ja es ist wunderschön und die musik oh die musik ist so okay nein komm runter runter mit dir danke so hier machen wir unsere beliebte kist hin hier drüben war nix sieht man da glaube ich brauche ich jetzt nicht weiterhin ich vermute auch eher dass ich äh die erfahrung bei den anderen verpasst habe so hier so komm rund und eh ja da hab ich beim ersten mal schon dran gesessen weil ich es unbedingt mit springen wollte aber aber es gibt ja zum glück auch noch den einfachen weg es biegt sich auch so schön durch und dieses spiel ist sehr herrlich so ja ich glaub das war's hier auch da drunter ist nix ich bedanke mich zu wissen was passiert ich bedanke mich zu wissen was passiert wie sich das Teil deinen Bäumen versteckt ich versuche es nicht das wieder hallo Pontius hallo Pontius 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 holt euch die Dinge wir müssen das König was oh das wird nicht überhaupt sein Pontius ich habe Kinder warten um mich zu Hause ich kann nicht gehen aber deine Magie sind notwendig das König ist gefährlich wieso wird ein schöner Träume ein Träume ein Träume Amadeus wusste dass die Hörer noch einmal brauchen wie hast du hier endet lass ich euch erzählen aus dem wie so wird ja ein Träume ein Träume ein Träume ein Träume ein Träume warlock muss hinter diesem Träume ich finde ihn und zeige ihm eine Lehre mit meinem ein Träume ja ich merke schon das wird wieder so ein genau so ein Kampf gegen den ähm Erzähler wie im ersten Teil wo wir mir die ganze Zeit das wo wir mir die ganze Zeit das gefunden haben haben die 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 Geh auf den Sonn, Tolomei! Bam, bam, bam! Da habe ich jetzt auch nichts gesehen, dass ich da irgendwie an Erfahrung drin komme. Hm, da bin ich jetzt auch schon wieder durch. Ist merkwürdig. Aber man muss sagen, es ist so wunderschön. Aber es waren, glaube ich, 30 gefordert und ich habe jetzt 20. Das wird bei drei Charakteren... ...mit euch, weg mit euch. Aber das bedeutet, dass ich jetzt noch das sehen bei der... ...wie die Schwerter da unten durchs Bild fliegen. Pontius hat nie entstanden, was genau das Trine gemacht hat. Aber er wusste, dass das Artefakt da, um zu helfen. Und so hat Pontius gemerkt. Er konnte nicht an einer besseren Quest, als zu retten, seine Königin zu retten. Lauf der Nacht... ...Zoya wurde in den Schäden gescheitert, entfernt von der schimmernden Noonlicht. Aber kein Wunder, dass Pontius nicht wusste, ...oh, das Teil hing hier an so einem Haken und ich muss das runterschießen. Papier, 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 Papier. Äh, hier oben ist auch nichts. So Basis, Tutorial, erlernen, wie man so ganz grob mit der Physik umgeht. Naja, ich glaub nicht, dass da oben was ist. Ich erkunde jetzt trotzdem mal mit ihr alles ein bisschen... ...sehr genauer als vorher. Weil... ...irgendwie muss das bei ihr vorher übersehen haben. Ach ja, da ist ne... ...ähh... ...Wäscheleine, auf der ich laufen kann. Ach, die Musik ist herrlich. Aber hier kann ich ganz runter. Okay, hab ich den vorher gehabt? Ja, vermutlich. Da oben drauf war ich nicht. Also muss ich das ändern. Oh, das hab ich versaut. Ja, den... Das merkt man. Man bekommt auf einmal einen Geschwindigkeitsboost. Wenn man sich schnell bewegt. Das war vorher nicht... ...hier drunter. Jetzt hab ich das mal auf jeden Fall nicht geguckt. Nein. 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 Ach, ja. Die schöne Erfahrungssuche. Wer hat sie nicht vermisst? Da seh ich aber auch nicht so richtig was. Ich hab ja auch den... Trine 1 Soundtrack. Also als MP3. Und den höre ich teilweise wirklich einfach nur an bei... ...wenn ich irgendwie beim Arbeiten was Entspannendes brauche. Das ist mir beim ersten Mal Spielen gar nicht aufgefallen. Aber... Ich finde hier... ...leiter trotzdem keine Erfahrung. Gehen wir erstmal hier unten runter. Macht eh keinen Unterschied. Gehen wir weiter. Schöner Brunnen. Und... Hoch. Hier ein schönes Fenster. Ach, das ist alles so schön hier. Na kurz, bei wieviel Erfahrung... ...press jump on the wall... ...to jump higher. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was das meint. Aber ich bin bei 29. Ach, da oben drauf ist noch eins. Habe ich das letzte Mal... ...übersehen? Hm. Muss wohl an der Kante sein. Naja, weil hier ist auch schon wieder das Ende. Und die Trottel wieder. Und die Trottel wieder. In der Mitte der Nacht. Nicht zurück zu deinen alten Tricks und thievery. Oh, das ist ein guter explanation für das. Tell me, woher sind wir gehen? Wir wissen noch nicht. Wir wissen noch nicht. Eine neue Aventure. Wir gehen dann? So, die Trottel kam für die Heroin... ... und die Aventure war bereit, zu beginnen. Amadeus hat Angst vor seiner Familie... ... während Pontius erinnert zu ihrer neuen Quest. Zoya, natürlich... ... erinnert, welches fantastische Träger sie finden könnten. Ich auch. Die Familie ist mir interessiert... ... äh, egal. Äh... Neo Quest, ja, klingt toll. Schätze! Was gibt's besser als Schätze? Da wurden wir wieder ausgespuckt. Gut. Gut. Das wär das Tutorial gewesen. Schöner Welleneffekt auch. Man merkt, ich kann wieder durchschalten. Ah, geh mal kurz hier rein. Es gibt wieder jede Menge Achievements. Gibt's eigentlich... Diesmal gibt's nicht für jedes Level alle Erfahrung ein Achievement. Schade. Ähm... Achso, ich hab das zweimal gedrückt. Und dann... ... Collected Pintings scheinbar. Bislang Null. Collected Opponents. Ja. Werde ich versuchen, ihn natürlich wieder zu finden. Aaaaaaaaber. Großes ABER. Ich werde das... nicht alleine tun. Sondern... man kann auch den Singleplayer mit zwei Leuten machen. Äh... von Local Gameways auf Private Online Game machen. Und es mit einem Kumpel... zusammenspielen. Das heißt, dann werden immer zwei von drei Leuten... Lass die Abenteuer beginnen! Richtig. Wo sind wir? Wo hat die Trine uns gebracht? Lass uns schauen, um herauszufinden. Ich hasse euch, dass ihr mich immer unterbricht. Ihr seid sowas von unhöflich. Ähm... Ja... Ich denke mal... Dieses Spiel bietet so viel Potenzial für sehr... coole Kombinationen. Wenn der Magier... Er kann ja... Ups... Während er hier draufsteht, sich nicht selbst hoch... teleportieren. Aber wird der... Krieger hier draufstehen, könnte er das. Und ihn einfach hochheben. Das macht es zum... Einerseits einfacher. Dementsprechend werde ich es vielleicht auch auf hart stellen. Aber... Man kann halt auch schön miteinander kombinieren. Mhm. Was man nicht so alles sieht. Aber... Das wird es dann ab nächster Folge geben. Komm runter. Denn... Im Tutorial gab es... Konnte man eh nur einen Charakter spielen. Da gab es noch nicht zwei. Und ja... Das wird es dann... Beim nächsten Mal geben. Und diese Welt ist so wunderschön. Hat ein bisschen was von Herr der Ringe, die Statue nur. Aber... Es ist so wunderschön. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut.